Die Ostseesparkasse Rostock überraschte die Wölfe mit einer ganz besonderen Aktion zum Playoff-Auftakt. Vor dem Spiel sorgte der Ospar Barkas mit Musik für die richtige Einstimmung. Außerdem hießen Ziewolfs-Maskottchen Wolfi und der Ospar-Pilz Vinny die Zuschauer willkommen. Das aber war nicht die einzige Überraschung. Ein ganz besonderes Spiel, erstes Playoff hier in der Stadthalle. Da haben wir uns gedacht, da denken wir uns auch was Besonderes aus. Und deswegen haben wir jetzt eine Kreditkarte hier in den Ziewolfs-Vereinslogo. Wunderbar, kann man im Urlaub dann auch mitnehmen, hat die Ziewolfs immer für sich parat. Und das machen wir natürlich nicht nur einfach so, sondern jeder, der in der Filiale bis Ende April sich so eine Kreditkarte bestellt, 50 Euro einmal für die Ziewolfs in die Vereinskasse und für sich selbst noch ein wunderschönes Trikot. Doch nicht nur die Sparkasse, sondern auch die Footballer der Griffins, die Baseballer der Bucaneros und die Gewinnerschule der Ospar-Aktion Notis der Schule feuerten die Ziewolfs an. Ob die Unterstützung etwas gebracht hat und wie das Spiel ausgegangen ist, erfahren Sie gleich im Sport.